YouTuber, heutzutage... Was war das? Was soll das? Wieso bin ich so hoch geflogen? Ich war voll weit unten? Hallo ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Get Down. Ich habe den ganzen Spielmodus noch nie, glaube ich, auf meinem Kanal gespielt. Ich habe es einmal aufgenommen, das war meine allererste Runde, die ich gespielt habe und ja, dabei ist etwas schreckliches passiert. Und zwar, die Audio war total asynchron von der Facecam und die Facecam war auch asynchron. Ich habe noch immer diesen Fehler, ich nehme deswegen gerade mit OBS auf, dass wenn ich meine Facecam mit Logitech oder was auch immer aufnehme, wenn ich sie dann in der Adobe Premiere Pro ziehe, ist sie asynchron. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Ich gebe auf jetzt erstmal, ich brauche Videos, deswegen werde ich jetzt erstmal mit OBS weitermachen. Aha, okay, Unges Ökosystem. Ja gut, dann jumpen wir gleich hier mal in Unges Ökosystem rum. Hui. Und ich hoffe... Oh, schade. Ich hoffe, ihr wisst alle, um was es bei diesem Spielmodus hier geht. Ich hoffe, ihr wisst auch, dass man hier Spieler boxen kann, so wie ich das jetzt gerade mache. Das ist natürlich gemein, weil das tut man nicht. Ja, siehste, die Karma Bitch hat wieder zugeschlagen. So, und zwar geht es darum, wir müssen als erstes unten sein. Die Person, die am ehesten unten ist, hat das ganze Spiel hier gewonnen. So, Moment. Äh, ich gehe mal hier hin und hier drauf. Unlucky Blindheit. Alter, wie gemein ist das denn? Da haben die mir einfach einen Unlucky Block gegeben. Du, Leute. Das ist aber echt nicht toll. So. Leute, ich bin fast ganz unten, ne? Es ist schon sehr nah am Ziel. Ähm, ich muss aber trotzdem sehr, sehr gut noch aufpassen, weil ich habe keine Ahnung, was das hier überhaupt sein soll für ein Schandfleck hier. So, äh, okay. Ich muss aufpassen, weil ich habe Angst, dass mich die Leute hier runterboxen wollen. Ich habe Angst, Leute, ich habe Angst. So, hier hoch, hier runter, so. Zwei. Oh, oh, okay. Ich kann das natürlich bis da runter schaffen. Ich überlebe das auch. Aber dazu muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen raggen, weil ich weiß jetzt ganz genau, wenn ich jetzt da runter falle, aus und vorbei, Leute, dann ist das aus und vorbei, dann bin ich tot. Einer ist noch 25 Blöcke von mir entfernt. Äh. Wie viele Blöcke sind das denn? So ein paar, ne? Ich könnte es überleben. Ja. Und, okay. Ich warte. Nein, was? Der ist mit mir gleichzeitig jetzt runtergesprungen. Was ist das denn? Das gibt es doch nicht. Oh, nein. Ich wollte doch gerade so runterspringen. Und dann springt die runter. Als ob. Das gibt es ja nicht. Das ist ja echt kleinkriminell, Leute. Das ist kriminell. Das ist einfach kriminell. So. Ich versuche es jetzt hier wieder schnell, schön und taktisch runter. Ich dachte mir, ich habe gezögert, weil ich dachte, ich sterbe vielleicht. Aber dann, und dann sehe ich noch so, oh, oh, da ist auch einer 6 Blöcke genau noch entfernt. Und dann habe ich leider zu spät geguckt, Leute. Das, das kommt davon, ne? Leute, die immer lange blöd schauen, statt dass sie was tun. Oh, diese Akira, ne? Das ist die, die, äh, mit mir vorhin schon ein Battle gemacht hat. Jetzt hat die mich auch noch getötet, diese Sau. Okay. Aber sie ist deswegen jetzt ja wieder hier oben. So. Ich möchte nämlich jetzt schnell runter. Weil, ich glaube trotzdem, dass ich eine gute Chance habe, weil ich eben Zweiter war. Das wird, glaube ich, irgendwie mitgezählt bei dem Voting hier. Aber, ich, okay, ich werde die ganze Zeit getötet. Das ist natürlich ein bisschen abfackend gerade. Also, ich muss sagen, den Spielmodus haben wir jetzt schon Millionen YouTuber gebracht, ne? Ich bin ja nicht der Erste und sage jetzt, ich revolutioniere meinen Kanal neu. Ich habe Get Down gespielt. Ein Spielmodus, der noch nie gespielt wurde von einem anderen YouTuber. Vor allem, weil jetzt eben, auch. So, okay, wie komme ich denn da gut runter? Und dass mir, oh, da oben ist schon wieder jemand. Da oben ist schon wieder jemand, Leute, das finde ich nicht, da finde ich nicht okay. So, aha, da unten ist ein Lucky Block. Ich versuche da jetzt einfach mal hin. Oh, und ein Lucky Block gleichzeitig noch. Das ist schön. So, runter. Und der SC hat schon wieder gewonnen, diese Akizierer. Oha, du kleine Hackerchen. Komm her, komm her. Aber warum dann immer dieser Schmoller Easy schreibt, das verstehe ich nicht. Der ist ja nicht mal Erste und er schreibt immer Easy. Schmoller, schmoller, schmoller. Das gibt es doch nicht. Und natürlich hackt sie nicht, Leute, ne, hier schon nie und so. Man muss es ja aber immer dazu sagen, weil sonst kommen wieder diese Leute und sagen, hey, die hat gar nicht gehackt, du. Du bist so gemein, du. Wieso, wieso hast du dir als Hacker beleidigt? Leute, danke. So weit kann ich auch denken, dass ich weiß, dass sie nicht hackt. So. Gut. Oh, sie hat überlebt. Tschüss. Jetzt aber nicht mehr. So. Gut. Jetzt gehen wir mal hier runter. Hier rüber, hier hin. So. Ähm, ich hab da ein bisschen Angst. Ich werde nicht sterben, oder? Okay, nein. Ich irgendwie, ich manchmal bin ich zu, zu, äh, aggressiv, was das, äh, springen an sich betrifft, weil, ich mir dann denke, ja, geht sich noch aus, locker, easy und dann sterbe ich aber trotzdem, äh, aufgrund meiner Dummheit. So, ich möchte hier rüber und dann hoffe ich, dass der jetzt Lucky ist. Yes. Lucky. Als ob die, als ob der schon gewonnen hat, was? Wow, das war aber jetzt echt, ich hab den dritten Platz belegt, Leute. Ja. Ich hab den dritten Platz. Ich hab den dritten Platz belegt. Nice. Nice. Ja, GG würde ich sagen. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, die Runde, finde ich, ging jetzt voll schnell. Ich würde sagen, dann hängen wir ja noch eine hinten dran. Oh, Leute, wir sind jetzt in der zweiten Runde angekommen. Äh, ich hab hier leider noch nicht keine Nick-Funktion, deswegen kenn ich manchmal ein paar Leute, ein paar Leute. Nach, nach der Runde. Und, dann gehen wir auch schon runter. Okay, hier auf dieser Seite ist man. Und das ist natürlich mega fresh. So. Ähm, deswegen, ich muss das, äh, Rewinzer-Thema fragen, ob es doch nicht eventuell eine, oh, Unlucky. Jetzt hab ich wieder diesen Sprungkraft-Dings. Das ist nicht so toll. Aber es ist mir immer noch lieber als diese Kack-Blindheit da. Also Blindheit ist echt das Schlimmste. So, Lucky bitte. Schon wieder Unlucky. Was hab ich jetzt? Langsamkeit. Okay. Ich muss ja nicht alles überstürzen. Damit wollen die einfach nur sagen, komm, rum da. Langsamer. So. Ich mag die Map eigentlich gern mit dem Baum hier. Also, Baum des Lebens heißt die Map. Und ich find, also, die Map macht Spaß. Also, die Map. Boah, Scheiß, ich dachte mir vielleicht noch so, nein, ich kann's jetzt noch, äh, hinreißen, aber, das ging jetzt leider nicht mehr. Und jetzt hab ich verloren, dieser Legend, Blair, Hayes, oder wie er heißt, er ist jetzt schon so weit. Ich kann's, ich kann's vergessen, Leute, die erste Map, die erste Map gebührt jemand anderen. Ich, ich akzeptier's ja. Ja, ich, ich akzeptier's wirklich. Aber ich hätte doch auch so gerne einen Platz in der ersten oder zweiten Reihe gehabt. So, okay. Hier runter, hier runter. Boom. Schon wieder an Lucky? Leute, okay. Lucky. Ein Lucky Block noch. Okay, Resistance. Ich hab noch zwei Sekunden Langsamkeit. So, dann gehen wir mal hier runter und hüpfen mal auf diesen schönen Lucky Block. Nee, das schaff ich doch nicht. Das schaff ich doch nicht. Boah, Leute. Unlucky schon wieder? Ey, die wollen mich doch verarschen. Einmal Lucky, einmal Unlucky. Ja, dieser Hayes, PvP hat gewonnen. GG. Ähm, immer entweder habe ich nur Lucky oder nur Unlucky. Die wollten mich jetzt provozieren mit diesem Unlucky. Ja, so, okay, LSD, die Map, die mag ich. Die, die ist nämlich so Augenkrebs mäßig. die finde ich gut. So. Zack. Okay. Es ist echt so ein bisschen auch Konzentration gefragt. So ist es nicht. Alle denken sich nur so, du spielst Minecraft. Du musst einfach nur 1, 2, 3 drücken. Nein, nein, Leute. Nein, nein. Es ist schon alles gut, so wie es ist. Wow. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war knapp. So. Komme ich hier runter? Komme ich hier runter? Komme ich hier runter? Oder mal was? Okay. Nice. Dann hier hin. Oh, 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 oh. Hui, hui. Leute. Jetzt gerade läuft es ein bisschen bei uns, ne? Jetzt gerade. Der Hund, der Hund wird nass. Habe ich so ein Gefühl. Lucky endlich mal. Was bekomme ich denn? Regeneration. Ja, das ist ja mal was, was auch mal sinnvoll ist. Nicht immer nur dieses Hasen, Bunny, Chums, Dings, Bums. So. Unlucky. Ey, wollen die mich verarschen hier? Ich bekomme nur Unlucky-Blöcke. Aber ich habe noch immer Regeneration. Und die Map gebührt mir. GG. Wow. Meine erste Map, die ich, glaube ich, so geschafft habe. Obwohl, nein, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich es auch beim ersten Mal geschafft. Ja, dieser It's Reigns, der war neun Blöcke entfernt. Das war richtig krass. Okay. Jetzt spielen wir mal eine Round. Super Mario. Das war jetzt nicht so super, wie Mario das gemacht hätte. Aber ich bin ja nicht Mario, ne? So. Runter. Hier lang. Jetzt mal eine Frage an euch. Leute, wenn wir schon so nett am Talken sind. Ich habe heute mal auf Twitter eine Frage gestellt und habe einfach mal die Frage gestellt, wer von euch guckt eigentlich wirklich noch also aktiv Fernsehen? Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich, auch wenn ich YouTuber bin, tatsächlich immer noch den Fernseher einschalte für, keine Ahnung, so Reality-Shows oder so. Das machen glaube ich nicht mehr so viele YouTuber heutzutage. Was war das? Was soll das? Wieso bin ich so hoch geflogen? Ich war voll weit unten. Was war das denn jetzt für ein Unlucky-Block? Hä? Kann mir das mal jemand erklären hier? Was ist, was war das? Okay. GG. Jetzt hat dreimal ein Antrag gewonnen. Ich war jetzt nicht weit unten. Vielleicht bin ich ja doch in der Rung-Liste. Zweiter Platz. Zweiter Platz, Leute. Ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Drei. Eins. Zwei. GG. Ich bin tatsächlich hier beim zweiten Platz. Nice. Irgendwann mein Ziel ist es, da oben zu stehen. Irgendwann werde ich das schon schaffen, Leute. Das ist, es ist mein Ziel. Aber ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn ihr mehr Get Down oder Jump Down wollt, dann lasst einfach mal eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ciao. Tschüss.